besser so, jetzt gucken wir jetzt noch eine schöne schöne Reaction äh, was heißt Reaction schönes Video an aber ich wollte eigentlich das von IraTV gucken, oder? Sollen wir das gucken? Der Psycho, ich finde das immer lustig ich habe Visionen ich auch, ja ich habe Visionen okay ich wechsle gleich die Kamera, ich bin nur wegen der Werbung mein RTL oh, wieder so ein geiler Horrorfilm im Kino oh, she's we burned, I can't I can't okay wie bitte? ein Selfie, das sehen wir ach so, ja klar kein Selfie, ne? du, 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 du brö äh, Bruder anderes Selfie lol, seit wann hat er so lange Haare? hab ich so lange nicht mehr IraTV geguckt? er hat doch mal kurze Haare, oder? auf jeden Fall hat er die Frisur anders alles klar so, was? ja, gut das ist gut, aber oh nein wollt ihr noch anders, oder? ihr müsst mir sagen, was ich anders machen soll oh man, ich bin ganz nett oh man, ich bin ganz nett oh man, ich bin wirklich überzweifelt soll ich einen anderen Blick ach so, jetzt oh man, die sind so sympathisch oh, nein oh man, ich bin halt ohne mich okay, okay okay das hab ich halt ohne euch also Bruder, bist du dich leichter, oder was? jetzt kennt er gar nichts mehr dann sagt mir, was ich besser machen soll so, einfach so so ah, okay aha, ja, ja ich wollte nicht, dass ich drauf bin, richtig? ja, richtig okay, ja, ich hab das nicht ich dachte die ganze Zeit, ihr meint irgendwie ich soll anders gucken, oder so deswegen, okay oh man nicht einfach, okay? unangenehm okay ich hab keinen Bock mehr oh man, aber er ist ganz halt sympathisch, ne? war das gut? okay, danke wenn sie noch mal Hilfe braucht, kein Problem oh danke euch, ciao sorry, kurz Frage wollt ihr rein? ey, ist das ein Zentrum im Dings gewesen? auch rein? auch rein? ja 1,67 groß du fuck 1,70 mindest größte ernsthaft jetzt? das, ich find das so wild, wie der das macht, ne? das ist so, dass er so ernst bleiben kann, ich find das so wild was, mit ihr mit dem Vorderband? okay oh, lol achtet mal auf das Mädchen oh, ey jeet 1,70 mindest größte wie bei Achterbahn man sieht nichts wegen der Cam sorry nochmal ist ja alles gut, ihr könnt einfach einmal rumgehen, kein Thema Cam ist so fett morgen soll ich holen, ich hab kein Problem, ich bin nicht zu klein oh dann rufen sie wieder die Brille die Polizei zeigen sie Ausweis 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 so ein Mafia-Film den brauche ich nicht dann zeigen sie Personalausweis hey, ich schreibe mich an, ok? ja, eh, können sie mich angreifen, greifen sie an nein du bist zu klein nein, du bist zu klein, ich kann ihn nicht angreifen ich kann ihn nicht angreifen ich kann ihn nicht angreifen jetzt sieht man den Typ mit, ja doch jetzt sieht man den Typ mit doch jetzt sieht man den Typ mit hä? was war das? das ist so weird, ne? ist das gut? oh oh nein, ihr müsst den Typ sehen, wie der gefressen hat warte hoppon 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 wow hoppon 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 danke, ja hoppon 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 Oh, wie er eben ganz so ein... Popcorn andringen will. Ja, ist gut. Alles gut? Alles gut? Ey, aber man denkt wirklich, der hat irgendwie so einen Anfall oder so, wie der aussieht. Alles? Was ist los? Ja. Was ist los? 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 Gruselig. Junge, wie wollte ich ein Popcorn? Junge, wie wollte ich ein Popcorn? Oh, der macht sich richtig ran an den. Alles gut? Was? Das ist mir. Was ist los? Was ist los? Kennst du dich mit Versicherung aus? Hm. Das kommt drauf an. Eigentlich ja nicht, ne. Aber wir haben einen kleinen Chihuahua. Der hat letztens so ein kleines Eichhörnchen irgendwie attackiert. Er ist halt ein Eichhörnchen. Aber das Eichhörnchen gehörte quasi den Nachbarn. Ja. So, und jetzt frage ich mich, welche Versicherung da greift. Hast du da eine Ahnung von ihm? Was? Ja, ja. Das hieß wohl Joe. Wenn er das eingetragen hat, dass es ihm gehört, dann würde ich sagen, seine Hausratpflichtversicherung. Bei mir ist auch so, ich hab gar keinen Durchblick mehr, gegen was ich überhaupt versichert bin. Hast du das auch? Am Schild sind er bekannt. Sieht man seit 19 Jahren. Der ist ja jetzt schon bekannt. Guck mal, ich hab hier eine App, das ist Clark. Die stellt ja am Anfang eine Fragen. Und anhand deren Fragen kann die genau rausfinden, welche Versicherung für die... Egal, gucken wir uns an. Okay. Ey, wie krass, er baut jetzt einfach ein Video ein. Und die kann sogar deine bestehenden Versicherungen, die du hast, die guckt dir sich an und da kann dir dann auch nochmal sagen, wo du was optimieren kannst. Du hast quasi all deine Versicherungen zusammen in einem zentralen Ort und musst nie wieder nach Unterlagen suchen. Okay, ich weiß, klingt natürlich erstmal gut, aber du fragst dich jetzt natürlich, okay, aber hast du irgendwie auch einen Gutschein-Code oder so? Ey, wie geil. Er baut einfach die Werbung ein in seinem Prank. Wenn du den eingibst und drei Versicherungen hochlädst, dann kriegst du einen 45 Euro Amazon-Gutschein noch dazu. Ja? Ja. Schön. Lade die kostenlose Erdbeer runter und verlieh nie wieder den Überblick. Okay. Okay? Dann, bevor ich das gleich wieder vergesse, dann schreib ich mir die mal auf. Oh, er macht sogar direkt Werbung. Okay. Und wie gesagt, denk an den Gutschein-Code, ne? Hier. Siehste, ne? Iratsch 45. Wie? Warte. Hier steht hier. Iratsch 45. Jo, ist notiert. Ist nicht schlecht, ne? Werde ich auf jeden Fall mal notieren. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, okay? Danke. Dir auch. Mach's gut. Ja, wie macht man jetzt wegen Corona? Komm, wir machen einfach mal so. Schmeiß gut. So. So. Oh mein Gott. Oh nein. Oh. Oh. Die waren, die waren den lustigsten. Ich versprochen. Hey, wenn der jetzt nochmal ein Selfie gewandt hätte, würde das so lustig sein. Oh. 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 Was ist passiert? Wir machen noch was. Krass. Danke, danke. Das ist immer nur lustig, ey. Ja, wir filmen. Da steht der Kamera auf den YouTube-Kanal. Ja, ich weiß, das vermied die Leute mal richtig. Ich bin aber nicht schlecht. Du hast das sehr gut rübergebracht. Danke dir, danke dir. Genau. Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Danke dir. Danke, ciao. Ey, der macht das so cool. Richtig sympathisch. Oh, no, doo-doo-doo-doo. Ich schauke die Leute, es ist offen. Zyta?